Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online, wenn keiner Quatsch mach ich es eben, weil keiner weiß immer so genau, wer jetzt eigentlich anfängt mit der Anmoderation. Und wie man sieht, wir machen heute einen kleinen Reiseausflug mit mehreren Crews. Ich freu mich drauf. Ich bin der Busfahrer, ich bin der Busfahrer. Du bist der Pilot, oder? Der, äh, das ist neu. Der Busfahrer. So, auf jeden Fall. Du bist der Cargobob-Flieger. Es ist ja immer so, dass in den Städten immer viel Stau herrscht, deswegen haben wir hier ein neues Transportsystem entwickelt. Flying Bus-Uwe heißt das Ding. Okay, das ist überhaupt nicht. Weil der Bus am rumkütschen ist bei uns. Alter, aber echt. Übel, übel, übel. Aber geil auch, wie die Reifen da hängen. Alter, das wird sich so gefährlich. Ein bisschen Nervenkitzel, Freunde, Leute. So, was ist denn die Challenge? Wo soll ich denn hinfliegen, meine Damen und Herren? Flieg uns doch mal bitte zum Mount Chilliard obendrauf. Okay. Und die Challenge für heute ist eigentlich, da kommt noch ein Helikopter hinterher, oder? Und sonst machen wir es mit dem Cargobob, das geht auch. Challenge für heute wäre, wir springen alle mit Fallschirmen runter und du musst versuchen, uns mit dem Rotor aus der Luft zu pflücken. Alle Mann. Ach du heiliger Bim Bam. Ach du heiliger Bim Bam. Oder? Bin ich gespannt, wie das wird. Ich habe selber noch keine Ahnung. Ist aber sehr schwer, also zu fliegen. Ja, vor allem mit dem Cargobob wird es schwer. Aber der hat zwei Rotoren gleich. Wir glauben an dich, Dennis. Ich hoffe, mein Bestes. Wir glauben an dich, Dennis. Und eigentlich, eigentlich können wir sowas nochmal machen in der Stadt, irgendwann vom Bankgebäude springen, so Tontauben schießen. Einer legt sich mit der Sniper auf die Lauer, der Tobi am besten, der kann das sehr gut und muss an die anderen wegschießen. Das ist auch lustig bestimmt. Ne? Tontauben schießen einfach. Bin mal gespannt, wie lange der Bus es noch macht. Habt ihr das schon mal in echt gemacht, Tontauben schießen? Ja, da sind doch alle von der Bank gesprungen. Ne, aber ehrlich gesagt, nein. Hier bei mir im Schlachtpark. Ich bin ja sehr pazifistisch erzogen worden damals. Hört euch das mal an. Hört euch das an. Das hat man natürlich schon gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Ich war echt super pazifistisch. Das Paintball jetzt bei Last Man Standing 2 war das erste Mal, dass ich wirklich geballert habe. Und ich muss sagen, dafür war ich echt gut. Du bist ein absoluter Pro-Gamer auf einem neuen Level. Da war ich wirklich erstaunt. Ich habe den Chris aus der Deckung durch eine Lücke durch weggeschossen mit einem gezielten Schuss. Ja, das ist mir beim ersten Mal Paintball auch passiert. Beim zweiten Mal nicht mehr. Oh, na gut. Dann freue ich mich einfach über das eine Mal jetzt noch. Also ich habe ja früher schon im Vietnam gedient. Ihr nicht? Gedient? Im Restaurant oder was? Tobi, die geile Kellnerin. Wo ist denn jetzt hier der Berg? Und die ist gerade doof. Ach, da hinten. Ah. Vielleicht kannst du den anderen Hubschrauber schnappen. Wer ist denn das im anderen Hubschrauber? Obwohl mit Tobis Charakteroutfit gab es da bestimmt ein gutes Trinkgeld. Muss man sagen. Ich glaube, das trägt aber nicht privat. Der Tobi hat das zwischen seinen Brüsten. Oh, guck mal. Ja, privat kämmen das im Wiener. Oh, Alter. Das ist komisch. Oh, Dennis. Geil. Grind, Alter. Schrappen. Schrapp. Schrappidi-dabidi. Yeah. Was ist denn heute eigentlich dein Einsatz, Dennis? Ähm, wenn ich das nicht schaffe, muss ich keinen Wackelpudding über den Kopf kippen lassen. Das geht nicht. Die Wackelpudding-Nummer ist durch. Da wird es noch... Irgendwann im Januar, Februar oder so werden wir das machen wahrscheinlich. Wenn es richtig bitterkalt ist draußen. Die Voraussetzung, dass ich das mache, das ist jetzt aber ganz ehrlich so, man muss es sich da abwaschen können. Ja, klar, Christian. Wenn nicht, dann muss der Bronk und der Tobi das kommen. Ach, lecker mit Vanille-Soße. Ja, Vanille-Soße kommt noch drauf. Für den Tobi kann ich den überstreuen. Da kenne ich ein cooles Emote für Vanille-Soße. Ne, das ist Kokosnuss, glaube ich. Ihhh. Öl. Kann ich nie wieder Kokosnuss essen. Genießen, wollte ich sagen, aber... Ihhh. Einen richtig trockenen, äh... Boah, ich hatte letztens mit dem Gronk, was das... Ja, das ist auch schon wieder ein halbes Jahr hier. Weißt du noch, diesen geilen Kokosnuss-Shake da in dieser einen Bar in Thailand. Kannst du das bitte nicht jetzt im Zusammenhang kommen? Wer weiß, ob das wirklich Kokosnuss war. Boah, der war super. Boah, der war mega lecker, aber. Muss wahr, echt mega lecker. Mega lecker. Also echt. Und willkommen bei... Ach, das war der Let's Play-Onkel da vorne im Wagen. Klar, der ist es. Hat mir gerade geschrieben. Der Bus, der Bus vorne. Und willkommen bei Los Santos, äh, irgendwas. Hab ich jetzt nicht ganz komplett gelesen. Verkehrsbetriebe wahrscheinlich. Ja, genau, irgendwie sowas. Transit. Der Ameisen hat mir gerade ne SMS geschrieben und fragt, ob er in die Crew darf. Der wer, der wer, der wer? Der Ameisen? Der Ameisen, ja, ja. Nur wenn er verspricht, nicht immer Amok zu laufen. Dafür haben wir den Dennis leider schon. Nee, pass auf, der Ameisen darf in die Crew, wenn er Dennis immer erledigt. Ey. Ja, geiler, geiler, geiler Plan. Ey, nein. Der Rishi hat gerade geschieben, er hat keine Fahrkarte. Fuck. Wo ist der Rishi? Ja, die muss jetzt aussteigen. Warte mal, ist der neben uns im Heli? Oh, oh, oh. Nee, der sitzt hier im Bus. Der sitzt da im Bus mit dem grünen Pulli und nackten Beinen. Einmal bitte die Fahrausweise, bitte. Letztens war ja auch so ein Fehler, ein im Cargobob. Wisst ihr noch, wo ich da rumlaufen konnte, im Cargobob? Und jetzt wäre geil im Bus, das wäre echt super. Da könnte man vor die lustigen Aktionen machen. In dem fliegenden Bus irgendwie rumlaufen können. Oh, oh. Oh, da vielleicht... Nein, du willst gerade mal rum! Oh, geil, geil. Klapper ging's nicht mehr. Du musst aber langsam mal ein Stück hoch, ne? Ja, ich werde schon langsam mal hier, wie du merkst. Ach, das erinnert mich an unsere letzte Klassenfahrt. Ja. Da wurde mal deportiert. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an meine Abschlussfahrt nach Prag, wo wir dann auf der Autobahn umdrehen mussten, weil der Bus unter den Brücken nicht lang kam. Ach, du Scheiße. Das war ähnlich actionhaltig. Also, das war echt krass, ey. Sind das die Brücken mit den Nutten gewesen da? Und dann, das krasse ist, haben alle angefangen, den Busfahrer anzuscheißen. Aber der kann da ja auch nichts für. Weißt du, den da noch zu stressen, wenn der da eh schon so eine Scheiße machen muss. Also, das war jetzt so eine Tempo-80-Nummer. Weißt du? Schon übel. Und ich war froh, dass ich ganz oben im Doppeldecker saß, falls einer reinknallt. Na gut, wenn die Busse nicht durchgepasst haben, du sonst ganz oben, warst du halt nicht so gut für dich. Ja, ja, das ist stimmt. Da gibt es in Prag gibt es Brücken, da sollte man... Aber gut, eigentlich hätte der Busfahrer gucken müssen, wo er langfährt, welche Route er nimmt. Das war natürlich auch schon ein Fehler. Ja, und wie seid ihr denn da? Seid ihr denn da noch angekommen? Ja, tatsächlich. Der hat dann gedreht und die nächste Ausfahrt war eh nicht so weit. Und dann musste der aber geist auf den Huf machen, so ein bisschen. Krass. Ja, das ist nicht so cool. Aber die Leute haben jetzt halt gecheckt direkt, dass der Bus da jetzt schon... Er hat es nicht probiert, sagen wir mal so. Sonst wäre ich nicht glücklich darüber gewesen, dass ich im Doppeldecker ganz oben saß. Das ist eine andere Frisur, glaube ich. Wenn überhaupt noch eine. Blöd! Ich glaube, dann sähe ich mich hier. Ist ja leider nicht so... Hier 300 Tacken... Kannst du aber den Namen vom Busfahrer sagen, wenn du möchtest. Hab ich keine Ahnung mehr, wie der hieß. Ehrlich. Ey, das ist ja schon... Der hatte einen Mordkomplott auf dich vor. Boah, fast 10 Jahre her. Da warst du noch jung, ne? Im Hotel Luna war ich in Prag, das weiß ich noch. So ein richtiges Ranzding. Zwei Sterne, so ein blauer... So ein echt so blaues... Hochhaus sah übelst aus. War aber ne lustige Reise. Prag, ne sehr schöne Stadt. Also echt ganz toll mit den ganzen Gassen da. Und diesen ganzen Restaurants. Man kann super essen. Auch gut feiern. Natürlich gibt's viel Prostitution, muss man auch sagen. In Prag waren wir tatsächlich in einer Tittenbar. Ich auch. In so einem Stripschuppen und zwar mit Lehrerin. Die war extrem cool. Mit der ganzen Stufe war ich da drin. Ja, das war super cool. Und das lustige ist, wir hatten so einen Typen in der Klasse. Boah, der arme. Der hatte so eine frische Freundin und meinte, Ja, aber ich darf auf gar keinen Fall in so einen Stripclub gehen. Zack, haben wir den mitgenommen. Gezwungen und überredet natürlich. Und dann hat so eine Stripperin, brauchte dann jemanden für unten, für so eine Show. Alter. Und wir haben den so nach vorne gefeiert. Einfach die arme Sau. Und vor allen Dingen, der wurde so fertig gemacht. So wie der Rizzo bei Last Man Standing. Alter, viel schlimmer. Ich war so froh, dass es kein anderer war. Also die Klammern ich selbst. Der wurde auf die Tanzfläche gelegt. Dann hat sie ihm Eiswürfel in die Hose geschoben. Und die hat ihn einfach so dominiert, den Typen. Alter, der ist so klein geworden. Alter, beim Zugucken. Ich saß da und dachte, oh, der arme. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Und das Tolle ist, nach der Reise. So schlimm ist das jetzt aber auch nicht, oder? Nee, das war schon. Oder wurde dann gehänselt von der Stufe. Ich meine, das ist ja eigentlich lustig. Ich sage mal, Kerzenwachs auf Nippel. Ach, du heiliger Scheiße. Und das einfach vor allen anderen. Der war total paralysiert, Alter. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Und das Schlimme ist, den haben wir immer so Mr. Universum genannt, weil der Club irgendwie so hieß. Ich glaube, das war Universum. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Und dann hat seine Freundin gefragt, warum. Und er hat es auch noch erzählt. Und dann war leider Schluss. Ja, das tat mir so leid. Warum, Alter? Ja, weiß ich nicht. Die war eh die Falsche. Ja, aber ganz ehrlich. So schlimm ist das nicht. Ey, heute wäre der der Coolste. Und ganz ehrlich, der hat schon genug gelitten. Der hat mir so leid getan, einfach. Ich wollte mir Mr. Universum. Wenn du den Namen schon hast, hast du es eigentlich im Leben schon geschafft. Ja, eigentlich ja. Ganz ehrlich, ich finde es witzig. Wenn du dich involviert hast, hallo, ich bin Mr. Universum. Und vor allen Dingen, wenn dich jemand fragt, warum heißt, warum nenne ich alle Mr. Universum? Und du sagst einfach nur als Stichwort Nippelwachs. Alter, das ist der Hammer. Aber was ich schlimm fand im Park sind halt echt die Mädels, die ich versuchte, die fragen, ob du mit denen in die Kiste willst. Und die sehen halt auch echt nicht teurer aus teilweise. Nee. Das ist schon teilweise echt krass. Da kannst du gar nicht genug Geld für das billig ein Eurobier ausgeben. Das ist schon übel. Also das hat auch seine Schattenseite. Das tut mir auch leid eigentlich. Aber muss man leider sagen, das ist halt auch echt uncool. Und der Typ tut mir eher irgendwie leid. Boah, geil. Aber locker überlebt. Alter, das ist super gemacht. So, und jetzt alle aussteigen, würde ich sagen, ne? Okay. Wir lassen den Bus mal hier, ne? Wir können ja hier mit dem Bus, können wir auch in die Schlucht fahren. Aber ob das geil ist, weiß ich nicht. Mit dem Bus jetzt im Berg runterfahren, ist glaube ich nicht so geil, oder? Warum nicht? Wird das spannend? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, da fahren wir eigentlich hin. Was macht ihr denn da? Hörst Ameisen23. Was macht ihr denn da? Hörst Ameisen23. Ich tu wieder auch geiler, ey. Das war schick. Ameisen23 ist beseitigt. Hast du gerade den Bus auf Ameisen geschmissen? Oh Mann, der Arme. Was hast du gemacht? Ich hab den Bus runtergeschmissen. Der fällt gerade den Hang runter. Bin ich hier mal böslich. Tschüss. Da hast du ja noch einen Bus, oder wat? Ja. Boah, der Arme. Mach doch sowas nicht. Der Bus ist immer noch nicht unten, ne? Currywurst rollt gerade hinterher und guckt mal. Ey, der Bus wäre doch super gewesen. Den hätten wir nachher vielleicht nur benutzen können. Naja. Ja, was soll's. Die Frage ist, wie macht man das jetzt am besten hier? Kann man eigentlich mit dem Haken auch jemanden auffangen hier? Ne, ne? Wir könnten auch mal Autos, äh, so, so, panzerfeindliche Klauen mit so Haken in der Militärbasis. Das wäre auch ein lustiger Talent. Ja, das, das, das können wir, genau, das machen wir als nächstes, so, Panzerangeln oder so. Das wäre auch geil, Panzerangeln von, von unten da sitzt noch jemand drin und dann rumballern. Ja. Auch geil. So, die Frage ist... So, stellt euch mal alle vorne hin. Wow. Oh, das war der Bus, oder was? Ja, der ist dann auch mal unten. Oh. So, stellt euch mal alle vorne da auf den, auf den Steg. Achso, echt? Oh, da müssen wir auch was mehr da rüber gehen. Das wird schwierig mit so vielen Leuten. Ich glaube, die werden alle... Die schubsen mich an den Warten lieber. Die müssen nach und nach einfach in den Rotor springen. Jetzt übrigens noch ein normaler Heli, aber ich weiß nicht, ach, da sitzt da Rude drin. So, ich bin bereit, Freunde. Ich fall doch da wieder runter. Ich auch. Ich fall jetzt schon runter. Ich seh's schon kommen. Wow. Alter, du schubs mich. Ich schubs gar nicht. Das ist mal der Arsch. Mach dir lieber, mach dir lieber. Wow, natürlich, ich wusste es. Ich wusste es. War so... War so... War so... War so... Ach, ich bin so glücklich der Einzige. Es sah super aus. Der andere ist hinterher gesprungen. Hä, wo seid ihr denn jetzt? Wow. Was passiert? Bist du runtergefallen? Natürlich bist du runtergefallen. Was noch sonst? Aber so behindert. Auf dem letzten Zentimeter. Ey, welchen Steg seid ihr denn bitte? Wir sind gerade... Nicht auf dem Steg, wir sind gerade auf diesem Häuschen da. Wow, fuck it, Alter. Ich verziehe immer das... Ey, dieses Steuerkreuz ist auch so scheiße beim Gamepad. Das sah so beschissen aus. Die Schatten sehen ja mal cool aus. Ich stelle mich jetzt einfach da unten hin. Weißt du was? Alter, Ameisenhaut. Eigentlich ist es voll easy. Eigentlich ja, aber ich verziehe. Ich verziehe... Nein, nein, nein. Entschuldigung. Ich habe die Kontrolle verloren. Ach, du scheiße. Ich wäre beinahe runtergefallen. Alter, jetzt geht doch gerade aus. Ey, cool. Currywurst rennt auf dem Cargo-Bob rum. Vorsicht, der Rotor ist gleich alle weg, Alter. Dann starten wir irgendwo. Das will er doch nur. Ey! Ne! Alter! Nein! Das war so... Ich wäre beinahe erwischt worden. Das geschieht dir irgendwie recht. Ja, aber der Dennis getötet? Wie überraschend. Nee, weil du wolltest uns gerade wegrotoren. Nun, das war nicht gut, weil dann hätten wir die Challenge wieder, meine ich mal. Nein, ich habe einfach nur die Kontrolle verloren. Ja, klar. Oh nein, Alter Schwede. Was macht ihr denn da? Ich stehe hier... Alter Schwede. Ruhig geworden auf einmal. So viel zu den Helis. Okay. Das war eine tolle Challenge. Hat gut funktioniert. Ah, ne, da hinten steht noch einer, oder? Hinter dem Berg. Ich höre noch einen Jet. Ja, da steht auch ein Heli. Ach, das ist das Flugzeug da hinten. Nee, da ist noch ein Heli da hinten. Ja, der steht da. Wer will den holen? Ich lieber nicht. Wo steht ein Heli? Ah, ich bin da, ich bin da. Ich habe den Heli. Seht euch da oben. Nein, Dreschli. Wenn alle drauf sind, springen wir dann alle in die Rotorblätter, oder was? So, der erste ist gesprungen. Der arme Alex. Ey, wir wollen doch nicht springen. Wir wollen uns doch wegrotoren. Wer schießt denn da jetzt? Sollen wir von da in den Rotor springen, Erik? Nein, kommt das Rotor von vorne. Wir springen einfach mit dem Ding ins Grunde, mit dem Fallschirm. Nein, wir springen aber nicht in den Rotor, da ist doch viel zu schnell vorbei. Der Dennis muss versuchen, uns zu schnappen. Oh, fuck. Bin tot. Und Avenger hinterher. Und wie lange ich sage Baller bin. Nein. Nein. Guck mal, wo ich bin. Das klappt auf jeden Fall super. Dennis, bist du das gerade im Heli? Ja, ich hole den mal eben. Danke. Bist du das hier? Bist du das hier? Es sah super aus. Ja, das bin ich. Hi. Hallo, Charat, Charat. Heideltraut. Oh, oh, da kommt noch jemand. So, jetzt, jetzt. Jetzt. Schnell, schnell. Komm, dann, du bist doch viel zu hoch. Warte. Curry, Currywurst. Currywurst. Er war doch so jung. Er war doch so jung. Alter, wie er wegfliegt. Boah. Das ist so schief hier, ey. So, ich hoffe, ich werde nicht geschubst. Bitte nicht schubsen. Bitte nicht schubsen. Ja, ja, ja. Bitte nicht schubsen. Bitte nicht schubsen. Oh, Alter. Alter, Jungs. Springen. Boah, hey, Avenger reinkommt. Ameisen. Ja, war eine geile Aktion. Super. Nicht schubsen. Wehe, du schubsen. Sehr geil, Alter. Sehr geil. So, da ist Dennis nochmal. Okay. Spring mal lieber mit dem Fallschirm raus. Warte mal, ich fliege, ich fliege höher. Nein, wer schießt? Wer ballert denn da jetzt? Ey, 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 ey. Wie ballert denn der jetzt? Ach, Mann, wer ist denn das? Weiß es nicht. Ich sehe das von hier nicht. So, jetzt kannst du rausspringen. Oh, ich kann ja, weil es da landen kann irgendwo. Bist du rausgesprungen schon? Ich bin schon rausgesprungen. Ah, da. Da ist der Walle mit dem Fallschirm gerade. Wer ballert denn da jetzt? Oh, 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 ey. Boah, überlebt. So, boah, es sieht aber mega geil aus. War das rein deutsch? Der wollte eben mit mir chatten. Ja, das war rein deutsch. So, Freunde, was ist los jetzt? Ja, Dennis, wir warten. Sind alle fertig? Warte, ich habe echt manchmal... Ameisen, bitte nicht drängeln, bitte nicht drängeln, bitte nicht drängeln. Jetzt kommt noch mehr, noch mehr, noch mehr. Da schieß aber einer die ganze Zeit auf mich. Ich könnte den mal irgendwie abknallen oder so. Nein, ich versuche da raus. Das ist der vorne auf dem Dach, Tobi. Das ist dieser rein deutsch? Ja, ich glaube schon. Ja, der ist es. Okay. Tötet den mal schnell. Ne, ich glaube, das war gerade der... Ah, okay. Super. Sehr gut, Tobi. Kein Ding. Okay, dann springen wir. Okay, wollen wir? Jo, auf geht's. Juppie! Ich glaube, ich werde keinen einzigen treffen. Alter, ich bin schon wieder tot. Huah! Ja, yeah! Geil! Geil! Tobi! Dennis! Tobi! Wo ist der Reddy? Ich hätte gerne noch mehr gesehen. Duft, dass ich die erste war. Siehst du mich? Ne, wo bist du? Ich habe gar nichts gesehen. Ich bin hier ganz langsam. Ich bin hier auf die Fresse geflohen. Was? Hast du deinen Fallschirm nicht gezogen? Was hast du denn für einen Fallschirm? Oh. Ähm, auch so Regenbogen. Ja, ich bin ein Fallschirm. Da sitzt er, da sitzt er, Benni. Komm her, Benni. So, ich guck mir das jetzt mal alles von oben an. Wenn die Folge so weit ist, ich falle hier voll wie so ein Vollschbast. Okay, ich springe jetzt auch gleich, Dennis. Ich komme in der Netz. Verdammt, wie kommt man denn da rum? Boah. Vielleicht kommt der Supersprung. Boah, ist aber mega schwer, ey, weil die Kamera nicht so geil hinterher geht. Ach, man kann auch schießen, wenn man am Fallschirm hängt. Das wäre ja auch eine geile Challenge. Dennis rausschießen. Boah, auch geil. Huch. Da kommen die Bo-oh, holen. Man kann schießen? Ja. Oh ja. In GTA? Dennis. Seit wann? Nee, bei mir eigentlich, Dennis. Ich bin beim Absprung. Na komm, Dennis. Spring. Wo bist denn du? Ja, das siehst du ja dann. Spring. Na komm. Boah, das Hochlaufen ist ätzend. Alter, mein Kleinschirm dreht. Der ist schon wieder tot, der Ampelmann. Der Walle springt in den Freitod. Alter, wie aufspiegelt schon. Oh Mann. Wo ist denn der Tobi und so? Oh Mann. Hey, da war gar ein Auto. Tobi, bist du noch in der Luft? Wigi. Ja, ich versuche dich die ganze Zeit abzuknallen. Wo denn? Hä? Ja? Hi. Wo denn? Ach, bist du über mir? Nein. Oh. Aber ich will es noch so sagen. Alter, das ist die übelste Tollpatschfolge meines Lebens. Bist du das da auch in dem Heli? Warte mal, Tobi. Bist du das auch in dem Polizeiheli? Ja. La 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 la. Ich glaube, ihr seid da unten irgendwo, kann das sein? Ja, ist möglich. Oh Tobi, Alter. Ich gehe gerade zu Fuß hier den Berg hoch, damit ich wieder zurückkomme. Ich roll den Berg runter. Komm Tobi, ich nehme dich mit. Kannst du nochmal springen. Habe ich keinen Fallschirm mehr? Warum geht die ganze Zeit kein Fallschirm auf? Wo sind denn alle? Hey, da ist Alex. Ich muss erst mal am Boden stampfen. Du musst aber schnell reinkommen. Ach, Fallschirm. Renn. Ich habe keinen Fallschirm. Ich hatte doch früher immer einen dabei. Wo ist denn der Sarraza? Ja, aber du hast den schon verbraucht gerade, glaube ich, als du aus dem Heli gesprungen bist. Äh, hol dir doch neun bei dem Dingens. Oben auf dem Berg ist doch ein neuer. Ach, wie blöd. Ich denke, ich springe da die ganze. Kein Wunder, dass die ganze Zeit aufpralle. Wie so ein Vogel. Ja, die Heli-Nummer war super. Ich habe den Gron weggerotort. Ja, aber sonst keinen, oder? Nee, ist mega schwer. Ja? Weil mit dem Fallschirm kannst du ja schneller wenden und so. Mit dem Heli. Die Kamera ist halt so scheiße. Ich probiere jetzt auch mal in deinen Rotor zu springen. Ich weiß gar nicht, wo der Heli ist, ehrlich gesagt. Wo seid ihr denn alle? Flieg lieber mal unter uns, Alter. Ja, ja, Moment. Ich muss den Tobi noch absetzen. Wo ist denn hier der Fallschirm? Der liegt hier überhaupt nicht. Aber ich habe keinen Fallschirm. Wo seid ihr denn eigentlich? Da muss der direkt in den Ziel. Ich komme mit dem Tobi gerade wieder. Warte mal, direkt unter das Sprungding. Stell dich mal direkt unter das Sprungding. Warte, warte, warte. Ich lasse den Tobi noch raus. Okay, jetzt Tobi. Weil ich habe eh keinen Fallschirm. Da kann sie mich so weg, Rotor. Ach, ihr seid halt wieder oben? Ja, ja, schon die ganze Zeit. Ich springe jetzt schon. Ich mache ja wieder Freiflug, Freitur. Ach so, weil ich springe ja die ganze Zeit mit dem Fallschirm runter und wundere mich, wo der Dennis ist mit dem Meli. So. Dann bleib mal noch in der Luft ein bisschen. Ich hole mich gleich. Okay, okay. Ich bin hier. Ach nein. Ich habe wieder gesprungen. Alter, was machst du? Ich glaube, beim Sarazahn mit Fallschirm springen lässt er lieber. Ich habe keinen Fallschirm. Ich habe hier keinen. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Gron? Hier kannst du mich einholen. Kannst du mich auch einsammeln? Wo seid ihr denn? Hier, hinter dir. Ach, das sind welche auf der Straße gerade. Ich fliege jetzt gerade in Richtung Küste. Ach da. Ach du Scheiße, wie soll ich denn? Hallo. Jetzt fliegt die Richtung Stadt. Hallo, hier bin ich. Ich bin's. Ich fliege doch gerade auf euch zu, oder? Auf mich fliege sie gerade zu, ja? Wie soll ich denn hier landen? Das schaffst du, Dennis. Das ist Challenge und so. Ey, das ist so blöd, dass ich keinen Fallschirm habe. Das ist ein Nerv. Dann hol dir doch den oben auf dem Berg, wenn du da bist. Nee, ist ja keiner gewesen. Auf dieser Spitze da vorne, auf dem Ding. Ist leider keiner gewesen. Ach so, ich habe mir den geschnappt vorhin. Ja, deswegen ist da keiner gewesen wahrscheinlich. Ist da einer gewesen eigentlich? Also ich habe eben da auch einen eingesammelt. Ja, deswegen ist da wahrscheinlich auch noch was. Okay, sag uns mal, pass auf. Jetzt. Du musst jetzt sofort einsteigen, warte. Ja, ja, ich bin voll dabei. Also langsam lande ich, ne? Komm, wo ist denn der Grunde in der Frisur? Wo bist du denn an der Küste? Ich bin jetzt beim Städtchen an der Küste. Ich gebe es auf, ich gebe es auf. Aber wie, guck dir das nicht. Das ist ja unfassbar. Der ist jetzt viermal in dieser Folge geschoben. So, wo ist denn der Grunde jetzt? Ich bin hier gerade über dem Städtchen an der Küste. Da ist hier einer, wer ist das? Ach komm, noch einmal, nochmal, weil es so cool war. Juhu! Unter mir fährt gerade irgendjemand. Das schafft man nicht nochmal so cool, wie ich das gerade eben gekriegt habe zu sterben. Bin ich jetzt doof? Ich sehe gar kein Fallschirm mehr. Warte mal. Ich bin jetzt über dem Städtchen, hier irgendwo. Du hast einen roten, ne? Nee, das rote ist Alex. Ich bin der schwarz-gelbe. Ich habe irgendwie so einen Borussia. Äh. Oh, oh. Ui. Muss ich andauern niesen. Guck mal, wie schnell du drehen kannst, da kommt das gar nicht mit. Wuhu! Und. Wuhu! Wollte gerade gucken, ob ich dich erwischen kann mit der Knarre, aber ich weiß nicht mal, wo du bist. Wuhu! Du bist da gerade runtergefallen. Playmassive ist gestorben. Das ist ja was Neues. Machst du einen Report? Ja, Alter. Das ist so geil. Ey, du musst es mal machen. Mit wem? Einfach in die Hüge runter. Das ist super. Ohne Scheiß. Du kannst dir so ein Manöver steigen. Alter! Was machst du denn? Ganz langsam runter. Und jetzt purzel ich hier runter. Dobi mit seinem pinken Sniper wieder. Pack das Ding weg. Das ist die super Challenge. Was denn? Dobi, ich will mal versuchen, dich wegzuhauen. Warte mal. Ja, ich stelle mich an den Rand. Warte, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich müsste einfach mal in diese Hänge stellen. Der Heli ist teilweise echt schnell. Und dann einfach mal darunter gehen, bei diesen super steilen Hängen. Bei den super steilen Hängen? Aua! Ja, das ist ungefähr so wie der Puppenflug bei Saints Row. Wollte ich mal mit dem Rotor weghauen. Warte mal, das ging bei GTA 4 eigentlich ganz gut immer. Du hast überlebt. Ich sehe das von hier oben alles. Da ist der Gronkh. Ach, bist du mit dem Heli? Komm, nehmen wir den Gronkh mal mit. Ja, das ist super. Da freue ich mich. Der hat bestimmt mich schon mit einer Haftbombe mit der Hand oder so. Nee, ich habe gerade eine weibliche Bekanntschaft gemacht und Geld verdient. Die Emma spielt mit? Mit einem Schlag war alles vorbei. Emma spielt mit. So. Oh, das geht echt mal bei sehr steilen Hängen, leider. Aber es ist echt lustig. Dann komm mal ein. Können wir auch nochmal machen, so eine Challenge. Super, bin drin. Allesamt den Hügel runterrollen. Oh, 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 oh. Nö, hier geht's nicht. Äh, Dennis, Dennis. Ich häng fest. Ja, wollte ich gerade sagen, der Rotor hängt irgendwo drin. Tschüss, Tobi. Wo bist du, Tobi? Komm, du bist zurückgeflogen. Nein, Tobi, nicht. Ich bin hier bei 5 Flieger. Wo bist du, Tobi? Boah, ich würde dich jetzt da so gerne raussnipern, ne? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Na, unten ist er. Ja, unten. Unten auf der Straße. Oh, ich hätte so Bock gerade. Ja, komm, Tobi, tu es. Tobi, Tobi. Tu es, Tobi. Ah, der Curry auch am Start. Die sind ja alle hier. Bist du sicher? Wo ist's? Wie, Miles, schaffst du das? Äh, was tust du, Dennis? Was machst du da? Wie fliegst du? Bisschen aufräumen heute mal hier. Warum ist das so? Ähm. Ja, ich steig mal in den Let's Play-Unkel ein. Alter. Und dann komm ich mal zu euch. Boah, Alter. Ah, Miles, 23 hat Bronke eh erledigt. Ah, Miles. Ich seh noch die Überreste. Ich fress meinen Bart. Ach, schön. Ah, ja, rein Deutsch, hat Kopfgeld. Bin dafür, dass wir in der nächsten Folge nochmal mit dem Zug fahren, oder? Ey, Lasergurke, alles gut. Ach, komm mal der Boss. Wo sind die jetzt alle? Wieso hängen die alle hier hinten rum? Wieso voll die Gangster? Alter, ich schiefe doch nicht. Alter. Äh. Kleiner Sprass. Was macht das denn? Ey, was kommt der ganz der ganze Idee mit dem Autofahrer? Sind wir hier in Berlin oder Köln, oder was? Das ist ja interessant, was ihr da macht. Alter, ich gucke nur zu. Ja, irgendwie. Warum kriege ich denn Schläge eigentlich? Ich mache da gar nicht mit. Ja, es ist lustig, es ist lustig. Oh, Entschuldigung. Alter, Ameisen hat ja eine Überschüssel auf hier, den. Die heißt ja nochmal, dieser Old School. Die Time? Wie lange geht diese Folge schon, wenn ich fragen darf? Ähm, die geht so um die, ich muss mal grad schauen, ich sag mal 25 Minuten. Oh, der Zug, der Zug, der Zug! Alter! Ja, geil, ich bin auch drauf. Geil. Komm, in der nächsten Folge eure Challenge ist, vom, vom, äh, Sagazard und Tobi auf den Zug aufzuspringen. Genau, wir fahren einmal um die gesamte Map und dann kommen wir für euch ein. Nein, die müssen hinterher fahren. Ach, Daobi, bist ihr ja. Ich bin ja gar nicht im Auto, ich bin nicht im Auto. Boah, ich bin ja mit dem, äh, der Wii und dem Let's Play Onkel unterwegs und so. Da sind wir dann also, ne? Ach so, machen wir Folgenende. Kann man halt hier eigentlich wegsprengen, warte mal? War eine lustige Folge. Machst du? Immer weg, immer weg. Hier sind wir. Nein, Entschuldigung. Nein! Alter, Dennis! Ich wollte den Tank wegsprengen. Look, du Play, Alter! Spreng dir auch gleich mal deinen Tank weg, du Dreckst. Oh ja, ich hab zwei. Boah. Ja, der Falle kann er gar nicht glauben. Ich bin ja nicht drin, das ist das vom Let's Play Onkel. Aber ein geiler, geiler, sehr geiler Wagen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier wieder los? Ach, das ist Tobi! Nee, bin ich nicht. Der Let's Play Onkel ist super, Alter. Was denn hier los, Alter? Was denn? Ey, ich lieg in so einem Graben und alle fallen über mich drüber. Sechs Autos. Alter, was ist hier los? Ey, Alter, ich lieg da runter. Hör mal auf! Oh, ich lieg... Nein! Wie geil, Alter. Wie geil, Wurst. Der Drecksack. Oh, mega Wimmel. Mist, das geht nicht. Oh, jetzt haben wir Kops. Oh, ach cool. Alter, wie geil ist das? Autopingpong. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na ja, liebe Freunde, wir sehen uns ja wieder in der nächsten Episode. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao mit Vau. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, also mit dem Bus hat ja alles zumindest heute geklappt, ne? Also mit dem Bus war es super. War super und es war die tollpatschigste Folge seit langem. Die Klammern für Wanne. Weil ich überall runtergebüßt bin. Ach ja, aber ansonsten war es eigentlich ganz geil. Die Challenge war okay, aber da müssen wir, glaube ich, auch alle zusammen runterspringen, bisschen Vorlauf machen und alle zusammenbleiben mit den Fallschirmen vielleicht auch mal. Ja, den Fallschirm haben wir überhaupt mal. Ja, wäre auch gut. Es hat Vorteile manchmal. Ja, liebe Freunde, das war es von dieser Episode. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Tobi. Na, komm her. Na, komm her. Komm her. Komm her, sie zuerst trifft. Fangen. Ja, wie er schießt. Nein, nein, nein. Scheiße. Alter, was ist hier wieder? Alter, Alter, Tobi, ey. Was ist denn das? Ist du in der Haftbombe geschmissen? Tobi ist der neue Dennis, oder wie? Das war eine einzige, Alter. Scheiße. Boah, ey. Krass.